Heute zeigen wir euch, wie ein Hund sein Spielzeug aufräumen kann. Zuerst muss der Hund das Apportieren lernen. Lucky, spring! Super! Lucky, Ben! Super! Als nächstes kann man sich immer näher zum Einbarstoffen. Lucky, spring! Lucky, spring, spring! Spring, spring! Lucky, reinlegen! Und immer belohnen, wenn das Spielzeug im Eimer ankommt. Lucky, reinlegen! Super! Super! Ja, dann kann man mit einer der Zeit die Distanz erhöhen. War? Lucky, reinlegen! Juuuuh! Super! Das war ein Video von Lucky und Rosi! Fox!